Und jetzt ist deine Zeit, an meinem Schnupperabend jede Sekunde für dich zu nutzen, ganz bei dir zu sein, in deiner Energie einzutauchen, um dann diese Energie auch wieder nach außen zu geben. Und letzten Endes geht es doch darum, dass du in deiner Kraft bleibst, dass du gut für dich sorgst. Und das ist dann möglich, wenn du ganz einfache, aber hochwirksame Übungen immer wieder als Routine in deinen Alltag reinbringst.